Adventskalender Türchen 4 Butterkekshäuser Ihr benötigt Butterkekse, 250g Puderzucker, etwas Zitronensaft, Smarties, Gummi, Bärchen, Schoko, Grenze und Streudeko. Zuerst den Zuckerguss anrühren, dafür müsst ihr den Puderzucker mit etwas Zitronensaft zu einer glatten Masse verrühren. Als nächstes den Zuckerguss auf die Seiten der Butterkekse auftragen und die Kekse aneinander drücken. Das Ganze etwas festhalten, bis die Masse angetrocknet ist. Das könnt ihr beliebig oft wiederholen. Zum Schluss könnt ihr nun auch die Deko wie Gummibärchen und Smarties mit dem Puderzucker an und auf die Häuser kleben. Fertig!